Die Olympischen Spiele sind natürlich immer ein Thema, also als Sportler hat man da seinen Plan und plant das Jahr für Jahr durch und das große Ziel ist natürlich die Olympia vor der Nacht. Olympische Spiele schlägt alles. Der Puls steigt noch einmal im Zählschläge und die Hosen ist noch einmal um die mehr um die Hälfte voll. Die Sportstätten sind sehr gut unterwegs. Die Eischnelllaufhalle wurde ja jetzt gerade eröffnet. Auch die Sportstätten für einen Mountain Cluster sind wirklich in einem tollen Zustand. Man fährt vom Ziel des Riesenthalers vielleicht fünf Minuten bis zum Österreichhaus hin und das ganze Mountain Mountain Cluster ist sehr kompakt und wird eine tolle Stimmung erzeugen. Und wir werden wieder ungefähr 100.000 Stück Gepäck machen. Wir werden wieder ungefähr zweieinhalb Tonnen Kuchen produzieren. Wir wissen sogar schon, wann unsere Bäcker anreisen werden. Wir wissen schon, wie die Backstube aussehen wird. Also wir haben alles eigentlich fertig. Wir sind startklar. Heute kamen schon die ersten Ticketbuchungen, die Hotelbuchungen, Reisepaketbuchungen rein. Was muss man beachten? Jetzt hat man noch die große Auswahl. Jetzt ist noch alles sozusagen vorhanden. Jede Eintrittskarte, welche auch immer ich mir da wünsche. Jetzt kann ich natürlich ideal meine Reise planen. Was für uns jetzt, glaube ich, wichtig ist, ist die Generalprobe, weil da einfach wollen wir uns wirklich vor Ort dann alles anschauen, was wir wieder aufpassen müssen, wenn wir nächstes zu der Tee kommen oder was man vielleicht vorher schon im Training einfangen kann. Ich war zweimal dort, damals 2.9. 2.8 zur VWM und 2.9 dann zur WM. Und sehr erfolgreich. Also hat sich die Reise absolut ausgezahlt, weil wir haben zwei mit einem abgeräumt, also zwei mit Silber und Dominik Launert immer damals als, glaube ich, jüngster Weltmeister im Massenstein. Jetzt würde ich mal sagen, ich mache noch die zwei Wochen hier auf Filzen und dann kann ich mal Richtung Kyeongchang schielen. Vor allem auch bei uns in der Staffel im deutschen Team wäre natürlich die Goldmedaille das absolute Ziel, das größte Ziel, was wir erreichen können. Ja, da müssen wir mal gucken, ob das in Erfüllung geht. Irgendwo gibt es, glaube ich, so eine Traumvorstellung von einer Karriere, was da alles dabei sein muss im besten Fall. Das ist halt eine Kugel, eine Olympiamedaille und eine WM-Medaille. Und wie gesagt, eine Olympiamedaille fehlt mir und von dem her ist das schon mal ein ganz großes Ziel. Also bin ich natürlich nächste Mal. Grünen Tag. Grünen Tag.